Herzlich Willkommen bei BMW Gebrauchteile Tafelmeier. Der Vertrieb von BMW und Mini Gebrauchteilen ist seit 2006 das Hauptziel unseres Unternehmens. Unsere Produktpalette reicht von Kleinteilen, Innenausstattungen und Karosserieteilen bis hin zu Felgen, Achsen und Motoren. Stetige Qualitätskontrollen aller durch uns vertriebenen Teile hat uns national und international zu einem der anerkanntesten Betriebe im BMW Gebrauchteile Vertrieb werden lassen. Für den Bereich gebrauchter Karosserieteile wollen wir uns speziell empfehlen, denn mit den Jahren sind wir auf diesem Sektor Profis geworden. Der Versand von Karosserieteilen im In- und Ausland erfolgt schnell, zuverlässig und schadenfrei. Auch der Versand von großen Bestellungen stellt für uns kein Problem dar.